Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News und heute, heute mit einer sehr interessanten Schlagzeile aus dem ganzen Bereich Valentina und Can, denn nun mischt noch jemand mit, der sich ja gerne an andere Probleme heranwanzt, um dort auch sein Zeug zu sagen, dennoch sind die Informationen, die er preisgibt, sagen wir mal, ja, nicht ganz uninteressant, wir wollen uns das einmal anschauen und zwar reden wir hier über Sam Dillon, ja, ja, man kennt ihn überall, wo es stinkt, ist er mit dabei und möchte da auch natürlich seinen Senf zu mitgeben und oftmals wissen wir, dass sein Senf besonders scharf und besonders ungenießbar ist, so zumindest in der Vergangenheit, nun auch nicht verwunderlich, dass er sich ebenfalls zu Valentina und Can geäußert hat, beziehungsweise hat er Can eingeladen. Hm, das gucken wir uns heute alles an, was das hier auf sich hat und ich denke, man dürfte sehr, sehr spannend werden, meine Lieben. Ansonsten, wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann wird euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen und ich würde sagen, wir starten jetzt. So, meine Lieben, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr von diesem ganzen Thema erhaltet. Ich selber bin, und das habe ich ja schon gesagt, bei dem Thema Sam Dillon immer, immer vorsichtig. Wirklich dieses ganze Thema rund, wie er Themen aufbereitet, hat immer einen ganz, ganz sauren Zungenschlag, so möchte ich das sagen. Aber ich glaube, das findet er auch persönlich gar nicht schlimm. Ich glaube, er findet das sogar ziemlich gut, wenn man über ihn spricht und genau deswegen provoziert er ja so gerne. Wir gehen mal rein in den Promi-Flash-Artikel und zwar, die Kollegen haben geschrieben, ein Artikel von gestern Abend. Sam Dillon sicher, Jan Kaplan liebt Valentina Doronina noch. Zitat Ende. Eine Aussage, die jetzt, finde ich, erstmal nicht groß verwunderlich ist. Man kann ja seine Gefühle nicht von heute auf morgen einfach ausschalten. Das funktioniert ja so nicht und so wird es auch bei Jan beziehungsweise bei Valentina auch nicht sein. Es ist ganz interessant, Valentina hat vor neun Tagen gesagt, sie liebt Jan noch. Vor vier Tagen hat sie gesagt, nope, sie liebt ihn nicht mehr. Ich glaube, da wird man jetzt auch keine, zumindest bei Valentina, kein direktes Statement mehr irgendwie bekommen bei Jan. Ja, gucken wir mal. Gut. Zitat. Mehr als zwei Jahre waren Valentina und Jan ein Liebespaar. 2022 hatte sich die Reality-TV-Bekanntheit sogar verlobt. Doch scheinbar war ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit bestimmt. Mitte Juni trennten sich die Beauty und der Unternehmer. Nach dem Aus war es vor allem Valentina, die ihre Sicht auf die Trennung in der Öffentlichkeit erklärte. Jan hielt sich diesbezüglich eher zurück. Sam Dillon wollte dem Ex das Sommer aus der Stars Teilnehmer allerdings die Plattform bieten, ihn in seinen Podcast einladen und seinen Standpunkt hören, verrät er Promiflash bei der Europa-Premiere von To The Moon. Doch daraus wurde nichts. Ich hatte das Gefühl, Jan hatte so ein bisschen Angst. Er hat es abgelehnt. Selbst nachdem der Entertainer ihm 2000 Euro angeboten hatte, blieb Jan bei einem Nein. Doch Sam ist aufgefallen. Man hat rausgehört, das hat er mir so geschrieben, dass er irgendwie immer noch verliebt ist in Valentina. Zitat Ende. So viel verrücktes Zeug. Also, um das alles so ein bisschen ist. Man muss wissen, Sam Dillon hat einen eigenen Podcast und warum er jetzt hier der Meinung ist, in dem Podcast, beziehungsweise der Podcast die beste Möglichkeit für Jan ist, es sich zu äußern, weiß ich nicht. Ich finde den Podcast zumindest, was das Thema betrifft, nicht wirklich relevant. Ich denke mal, da hätte Jan ganz andere Möglichkeiten, wenn er denn die Lust gehabt hätte, darüber zu sprechen, auch darüber zu sprechen. Entsprechend ihn hier mit 2000 Euro zu ködern, ist insofern ganz interessant, dass Jan dieses trotzdem ablehnt und so laut mutmaßlich, muss man dazu wissen, wir kennen ja nur Sams Darstellung und gesagt hat, nee, auch für 2000 Euro möchte ich nicht in einem Podcast über Valentina und mich sprechen, was ich persönlich als sehr vernünftig empfinde. Weil wenn Jan sich jetzt da hinsetzt und in irgendwelchen dubiosen Podcast über Valentina etwas erzählt oder über die Partnerschaft, finde ich das persönlich auch too much. Ich finde, Jan hat das Recht, sich so oft er will, zu den Anschuldigungen, die Valentina ihm hier unterstellt hat, zu äußern. Das Recht hat er, das kann er auch 20 Mal erzählen, weil Valentina ja auch 20 Mal ihn angegriffen hat. Also, das finde ich jetzt hier gar nicht so verwerflich, wenn er das machen würde. Allerdings würde ich den anderen Weg suchen und das nicht bei Sam Dillon machen. 2000 Euro ist eine Menge Geld. Aber auch sehr interessant, dass trotz diesem Geld er abgelehnt hat, dass Sam jetzt hier daraus schließt, dass Jan immer noch in Valentina verliebt sein könnte. Das ist halt so dieses Geschwafel, was ich meinte. So, das ist halt so typisch Sam Dillon. Wir gucken mal weiter. Trotz all der Geschehnisse zwischen dem Ex-Paar soll der Blondschopf noch immer Gefühle für Valentina haben. Sam bereitet das jedoch ein paar Sorgen. Ich habe fast ein bisschen Angst um beide, dass die beiden nochmal wieder zusammenkommen, und so in ein paar Wochen. Ich würde mich nicht wundern, gesteht er Promi-Flash. Jetzt ist doch Sam, also Zitat Ende, jetzt ist doch Sam das beste Beispiel dafür, dass es immer wieder Auf und Abs in Partnerschaften gibt. So ja auch bei Sam und Rafi. Ich meine, wie oft waren die denn getrennt? Wie oft gab es denn dort Zickereien, Streitereien? Dann sind die doch wieder zusammengekommen. Und selbst jetzt im Sommerhaus der Stars wird ja schon hinter vorgehaltener Hand, sagen wir mal, vermutet, dass sie ja auch gar nicht zusammen waren, sondern nur wegen, ja weiß ich nicht, wegen Reichweite und Formatgeflüster reingegangen sind. Er hat es bestritten, muss man dazu sagen. Rafi hat es bestritten. Wir haben uns die Videos damals alle angeguckt. Das ist so zwei Monate her. Von daher schwamm drüber. So ist es dann wohl nicht gewesen. Und sie zeigen sich ja immer noch öfter zusammen. Aber dennoch. Also ich finde, er ist jetzt hier nicht der Richtige oder vielleicht auch gerade der Richtige, das zu beurteilen. Das müsst ihr in den Kommentaren mal wirklich diskutieren. Zitat, Was die schweren Anschuldigungen von der Germany-Shore-Teilnehmerin gegenüber Can angeht, wolle er sich jedoch nicht auf jemandes Seite stellen, da er beide mag. Ich mag halt beide und ich war halt nicht dabei. Er ist allerdings gespannt, wie es zwischen den beiden nun weitergeht und ob es wegen der Vorwürfe möglicherweise zu einer Klage kommt. Suspekt sei ihm auch, dass Can seither auf Social Media völlig untergetaucht ist. Also ich glaube aber, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, vermutet der Podcaster. Zitat Ende. Ja, das ist Tatsache auch etwas, was viele andere auch als sehr merkwürdig empfinden, dass Can untergetaucht ist. Ja, so sagen es einige. Einige sagen auch, er macht den Luke-Mockridge-Fehler. Er meldet sich einfach nicht. Das will ich auch nochmal ganz kurz ein bisschen sotchen. Ich für mich persönlich bin der Meinung, wenn er sich melden möchte, soll er sich melden. Wenn er sich nicht melden möchte, ist das auch in Ordnung. Er ist ja nicht verpflichtet, immer wieder irgendwie etwas zu erklären. Ja, er ist auch auf Social Media nicht angewiesen. Das heißt also, sich jetzt hier Sorgen zu machen, dass er jetzt womöglich kein Geld mehr verdient oder so, ist in dem Fall Quatsch, weil er seine eigene Firma hat. Und das ist ja das, worüber er sich auch definiert über seine Arbeit, über seine Firma und nicht über Social Media. Ähnlich wie jetzt bei Valentina oder auch ich definiere mich ja sehr viel über YouTube, aber auch über meine Firma. Also bei mir ist das so 50-50, würde ich sagen. Es sind beides Leben. So ist es bei mir. Und bei Can ist es halt eigentlich kein Social Media. Deswegen ist das jetzt nicht so merkwürdig, dass er im Social Media nicht so aktiv ist. Ähm, ja. Also ich hatte Can vor einiger Zeit mal eine Nachrichtenanfrage geschickt, habe darauf aber auch keine Reaktion bekommen. Ich weiß nicht, inwieweit er im Social Media aktiv ist. Das muss man aber auch dazu sagen. Ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass einfach sein Postfach völlig überquillt mit Nachrichten. Ja, nun gut. Äh, wir machen mal noch hier den letzten Absatz. Ein mögliches Comeback zwischen Can und Valentina schließt Sam nicht vollständig aus. Dennoch macht er sich Gedanken darüber, mit wem das TV-Gesicht als nächstes zusammenkommen könnte. Also ich glaube, in einem Jahr oder so wird er wahrscheinlich auch mit einer Reality-Persönlichkeit gesehen werden oder zusammen sein. Spekuliert er und fügt hinzu. Und ich glaube ganz fest, wir sehen ihn nächstes Jahr entweder bei Love Island VIP oder Are You The One Reality Stars in Love. Denn Anfragen von TV-Produktionen wolle Can ja nun angeblich immer annehmen. Zitat Ende. Also, um das auch nochmal einzufangen. Ich weiß, was Sam jetzt meint, worauf er anspielt. Ja, Can hat das gesagt, dass er jetzt alle TV-Produktionen annehmen wird, um quasi dafür zu sorgen, dass Valentina so auf diese Blacklist kommt. Ich weiß nicht so richtig, wie er es gemeint hat. Aber ich glaube ganz, ganz, ganz fest, dass hier er mit vergiftetem Herz gesprochen hat. Er hat sich hier wirklich, es war an dem Tag, wo es alles mit der Trennung so aufploppt und so. Und da hat er ein sehr emotionales Statement gemacht, hat das alles so ein bisschen erzählt. Und man hat halt schon gemerkt, dass er hier vielleicht einige Sachen gesagt hat, die er so vielleicht auch gar nicht meint. Oder aber auch jetzt nach drei Wochen später vielleicht auch ein bisschen anders sieht. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Can gar nichts mehr im TV zu suchen hat, beziehungsweise suchen wird, weil er einfach keine Lust darauf hat. Ich glaube, dass er sehr vieles im TV kennengelernt hat von einer anderen Seite, die viele gar nicht kennengelernt haben. Natürlich mit Valentina als polarisierende Partnerin hat er natürlich auch viele Schattenseiten kennengelernt. Und es könnte auch sehr gut sein, dass Can selber sagt, nee, nee, ich verdiene mein Geld, ich verdiene gutes Geld mit meiner Firma, ich mag die Selbstständigkeit. Klar, TV ist vielleicht nochmal interessant, um selbst ein bisschen Reichweite zu bekommen. Das würde ja auch der eigenen Firma gut tun. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er einfach wirklich übersättigt ist von diesem ganzen RealtyTV-Geschäft. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wir hatten hier noch diese Umfrage, die wollte ich jetzt euch gar nicht vorenthalten. Und zwar ist die Umfrage noch relativ frisch. Glaubt ihr, es wird noch ein Comeback von Valle und Can geben und 95% sagen, nein, das schließe ich aus. 55% sagen, oder nicht Prozent, entschuldigt bitte, 95 Personen und 55 Personen sagen, hm, wer weiß, 100%, die schließe ich jetzt nicht aus. Also ihr seht, hier ist die Meinung noch relativ ähnlich, aber dazu ist der Artikel zu frisch, um jetzt hier schon mal ein interessantes Meinungsbild zu sehen. Für mich hier erstmal, und das ist ja auch das, was ich immer wieder gesagt habe, auch ich werde mich immer noch nicht positionieren, weder zu Can noch zu Valentina, weil dazu fehlen mir einfach zu viele Informationen. Dafür ist auch dieses Thema Gewalt in Partnerschaften, Gewalt an Frauen, Gewalt an Männern in Partnerschaften einfach viel zu ernst und viel zu wichtig, als jetzt anzufangen zu spekulieren. Den Weg, den Can jetzt eingeschlagen ist, um den Kopf vielleicht freizubekommen, ist vielleicht auch gar nicht mal der schlechte Weg. Wie gesagt, da gehen die Meinungen sehr extrem auseinander. Was ich persönlich aber sehr gut finde, ist, dass Can in keinem Podcast von Sam Dillon auftaucht. Einfach weil ich glaube, dass das einen ganz, ganz miesen Zungenschlag hat und da vielleicht auch Can sich viel mehr kaputt machen kann. Auch wäre für Can kein YouTube-Video oder ein Interview oder sonst irgendwas die richtige Plattform. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie die Einladung, bei mir darüber zu sprechen. Um Gottes willen, das würde ich nicht machen wollen, weil ich einfach der Meinung bin, das ist ebenfalls kein gutes Medium. Das ist so. Für mich sind natürlich ein paar Hintergrundinformationen sehr interessant für die Berichterstattung. Das ist schon so. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Can, wenn er sich melden sollte, wenn er was sagen sollte, dieses immer direkt in seiner Instagram-Story machen sollte oder aber vielleicht über eine Pressemitteilung. Keine Ahnung, wie wichtig und wie ernst das alles jetzt wirklich für... Also für Can und für Valentina wird das alles sehr ernst sein, weil es ja das Thema ist. Aber ich glaube nicht, dass das so jetzt relevant ist für den einen oder anderen Zuschauer. Aber wie gesagt, auch ich, und das ist das, was ich mit Sam hier auch teile, nehme ich die Meinung, dass es schon ein interessantes Thema ist. Vor allen Dingen auch, wie das weitergeht. Und man merkt das ja auch, dass auch viele Zuschauer daran interessiert sind. Und das will ich auch nochmal sagen, es ist auch gar nicht schlimm, neugierig zu sein. Und wir Zuschauer haben ja Can und Valentina wirklich eine lange Zeit zusammen erlebt. Wir haben sie in TV-Formaten streiten sehen, wir haben sie sich versöhnen sehen. Da ist natürlich eine gewisse öffentliche Interesse da. Und diese gewisse öffentliche Interesse, die ist jetzt auch nicht verkehrt. Man sollte nur ein bisschen aufpassen mit einer gewissen Vorverurteilung und entsprechend auch sich ein bisschen in den Kommentaren vielleicht zurücknehmen. Sowohl Valentina gegenüber als auch Can gegenüber, aber auch Sam gegenüber, meine Lieben. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, verabschiede mich, freue mich, aber werden wir uns heute nochmal wiedersehen um 14 Uhr. Bis dann erstmal alles mit Liebe. Tschüss.